auch an der stelle ja aber du hast ihn auch mit der tonne getroffen, war das nicht irgendwie so? das level habe ich auch lieben gerne mit Didi gespielt mhm vor allem die codierung habe ich auf 30.000 stehen ne und der hat eine codierung von zwischen ja jetzt gerade so 14.000, 18.000 ok 15.000, eben war der auf 6.000 17 20 21 19 das schwankt ganz schön komisch aber im grünen bereich, also hättest du nicht schul abstürzen können? nope doch ich wollte das glaube ich jetzt so ein bisschen, mindestens ein bisschen weiter schaffen nein abstürzen kannst du ruhig hallo hoho mastak asafaklak, was willst du von mir? aber er fährt runter, ne? aber die dummen sind NEIN, ich bin behindert ja, das bist du, das stimmt oh die direkt nein, da war fisch wua 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 ein o willi ne nicht wirklich idiot ne nicht wirklich, sondern idiot ach, leck mich doch hallo 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 tschüss neeeeh ich sag da nix mehr zu ich sag da nix mehr zu stirb 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 ach, sei ruhig, flash jetzt sterbe ich NEIN ich war zu langsam bin nicht hoch genug gesprungen da durch ach schon 12 Minuten? ja ok ok geht das heute schnell das geht generell mal schnell, wenn du aufnimmst ey lass die Biene doch mal leben ne da musst du ja mein Fässchen öffnen nein musst du nicht und da sollt' ich am besten reinfahren, ne? und dann und da nicht gegenspringen und da runterfallen gleich ach, Maul und da auch nicht gegenspringen es wird öfters passieren, dass ich den falschen treffe ja und da getroffen werden ach man hast schon gedacht, ne? hast schon gedacht, ne? aber heute nicht aber heute nicht nicht wirklich grad heute nicht? meint wo du es hier gemerkt hast, dass da gleich kommt ja das level sollst du gar nicht schaffen das level sollst du gar nicht schaffen du sollst einfach mal gegenfliegen hab ja noch n gegenfliegen 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 ach man ey ach man ey dün 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 dem 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 ein o da steckst du dir schade da hättest du ruhig wieder gegenspüren können ich dachte auch gerade das ist doch irgendwie falsch oder mann 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 hätte ist da nicht gegen fahren können doch doch hätte wollte ich aber nicht solltest du aber doch ein mann wir treffen noch mal ein mann mann lass dich doch mal treffen du sollst das nicht aktivieren oder ist das ganz schön knappen springen er ist aber extra so gewollt er muss auf jeden fall einmal speichern scheiße leistung ums leben ich glaube da oben kommt der funky was ist gespeichert oder ins gesicht war ich nicht sicher war ich nicht jetzt habe ich ihn getroffen irgendwie war das voll knapp gerade nein warum springst du weiter weiß ich nicht aber meistens klappt das eigentlich beim ersten mal dass mir das geklappt ja wenn du dich dacht doch du hättest das erste level öfter spielen sollen nein ich kann ja immer noch hinfliegen also weil ich leider noch nicht ja pech noch nicht abstürzen würde gerne abstürzen maul biene treffen lassen gegen runterfallen macht das war die augen zu ich war es von nichts ich war das nicht treffen lassen treffen lassen auf der tut und bahnen ein bisschen schnell ne aber nur leicht ach schade so ungewollt leicht einfach mal runterfallen ist das beste was passieren kann doch wollte ich eigentlich nicht eigentlich wollte ich das nicht nicht aber duft 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 die eisensaal er will mit nach kölle fahren und ich bin tot was war das ich habe da nicht darauf geachtet das kam mir so schnell hätte ich jetzt auch gesagt auch ja so schnell so geil so geil lass dich zerkleinern wird jetzt diesmal eine chance irgendwie glaube ich das nicht kommt zwei bananen noch da darf er nochmal extra abstürzen ne dass er immer so laut klopfen muss mein gott ey ich habe mich schon gewundert was hat geklopft es war ein benny ja wie immer aber extrem laut ach fuck das war doch kacke jetzt nein ich hätte springen müssen das war doppelkacke ich hätte springen müssen hättest du weil du noch in der Ohnenbesiegbarkeit ja ich weiß vor allem ach wie soll ich die Folge nennen Sumpf des Wahnsinns vor allem er klopft in dem Moment sage ich nein nein mit ihm will ich keine was zu tun haben eigentlich meine ich ja dich aber naja wie nein ich wollte doch eben nein zu dir ja aber das ist doch passend getimed worden hast du das nicht eben irgendwie ja hättest du ja nicht wirklich gegenfahren können ne ich kann mir aber gleich noch ein Leben holen siehst du das irgendwie nein kannst du nicht treffen lassen treffen lassen ne doch treffen lassen mir ein Leben holen nein doch ich möchte ja nicht Wiese machen du brauchst kein Leben wusch so schnell wusch einen hast du vergessen boah soll ich jetzt extra zurückfahren oder was klar oh am besten rüderfein dabei ach ja ja dün 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 so und da was wollen wir eigentlich danach machen Kaiser weiß ich nicht ja er ist gestorben man was denn warum sterbe ich denn weiß er nicht ist voll mein Lieblingslevel und ich sterbe da nein mein Lieblingslevel kommt eigentlich ganz ganz spät hallo boah der hätte dich jetzt voll treffen müssen die Sau nö hätte die nicht du willst immer dass ich getroffen werde ja du willst einfach ich will einfach dass du dirbst also ich hab's irgendwie damit ja ich sage nichts was denn wohl Flash hüpf auf mein Kopf sagt der Kroko Krokodok oh Krokodok das stimmt in diesem Level kann es eigentlich kaum wechseln nur an manchen Stellen naja die kommt nicht weit das Problem ist ich bin eben mittendrin angehalten Pech mein Herr oh Mann ey du bist ein Arsch gleich ist die zweite Folge vorbei und Sampf des Wahnsinns sag ich ja weißt du was Stefan gestern meinte wegen Kaiser du willst mir ja nichts gutes tun und in 15 Minuten Frage machen ne nö ja ich hab aber nö gesagt jetzt hab mir das Flash gesagt er ist der Herr er darf bestimmen ne mit Sicherheit nicht nicht ich hab dir das nur gesagt was er meint und wenn ich was er wollte ja kann man doch eher verstehen